Willkommen bei Arielles aufregendem Abenteuer. Lernabenteuer. Abenteuerspiel. Arielle ist eine Meerjungfrau und lebt in einer Unterwasserwelt. Arielle liebt Abenteuer. Sie träumt davon, ein Mensch zu sein. Sammle zwölf Gegenstände auf dem versunkenen Schiff. So etwas habe ich noch nie gesehen. Toll. Perfekt. Löffel. L-U-F-F-E-L. Perfekt. Schloss. S-C-H-L-O-S-S. Perfekt. U-B-U-C-H. So etwas habe ich noch. Feder. F-E-D-E-R. Diese Pflanze riecht nicht sehr gut. Autsch. Autsch. Perfekt. Perfekt. Helm. H-E-L-M. H-E-L-M. P-E-L-L-E-R. H-E-L-L-E-R. Becher. B-E-C-H-E-R. Das ist sehr hübsch. Schlagzeug. S-C-H-L-A-G-Z-E-U-G. Kerze. K-E-R-Z-E. Teleskop. T-E-L-E-S-K-O-P. K-E-R-Z-E. So etwas. Tinte. T-I-N-T-E. So etwas habe ich noch. Schlüssel. S-C-H-L-U-S-S-E-L. B-E-L-U-S-E-L-U-S-E-L. B-E-L-U-S-E-L. V-A-L-U-S-E. Karte K-A-R-T-E Fantastisch, wir haben alles gefunden. Los geht's zum nächsten Spiel. Finde die passenden Gegenstände. Schlüssel Fack, Löffel Perfekt Schlüssel Toll Karte Perfekt Teleskop Toll Kerzenleuchter Toll Tinte Perfekt Wunderbar Uhr Kerze Kerze Perfekt Kamm Toll, super, du hast es geschafft. Meine Geheimhöhle sieht schon viel besser aus. Los geht's zum nächsten Spiel. Als Ariel Prinz Erik sieht, verliebt sie sich unsterblich in ihn. Ursula, die Meereshexe soll ihr helfen, den Prinz zu treffen. Finde sechs Musiknoten, um eine Melodie zu komponieren. Geige Geige Geigenmusik ist so romantisch. Geigenmusik ist so romantisch. Ich mag den Klang der Trommel. Ich mag den Klang der Trommel. Gehen Gehen Flöte Prinz Erik spielt gerne Flöte. Trompete Die Trompete klingt toll. Toll! Toll! Mh, diese Plante riecht nicht sehr gut. Wunderbar! Perfekt! Harfe! Die Harfe hört sich wunderschön an. Klavier! Fantastisch, wir haben alles gefunden. Los geht's zum nächsten Spiel. Kennst du die Musik? Wiederhole die Melodie. Ah, das ist sehr hübsch! Toll! Ah, das ist sehr hübsch! Perfekt! Boah! Ja, das ist sehr hübsch! Los geht's zum nächsten Spiel. Ursula verwandelt Ariel in einen Menschen und möchte dafür ihre Stimme. Endlich trifft Ariel ihren Prinzen. Finde die Dinge auf der Einkaufsliste. Ariel braucht Orangen. Orangen. Ariel braucht neun Orangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Orangen. Orangen. Birnen. Ariel braucht sechs Birnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Birnen. Das hast du gut gemacht. Finde die Dinge auf der Einkaufsliste. Eins, zwei, vier, fünf, sieben, acht, neun. Das ist ein... Du bist gut. Du bist gut oder? Du bist gut. Du bist gut. Arielle braucht Karotten Arielle braucht K-Gurken Kartoffeln Karotten Arielle braucht zwei Karotten Eins Zwei Richtig Eins Zwei Karotten Kartoffeln Arielle braucht Kohl Kohl Arielle braucht drei Kohl Eins Zwei Drei Gut gemacht Eins Zwei Drei Kohl Das hast du gut gemacht Finde die Dinge auf der Einkaufsliste Arielle braucht Ananas Arielle braucht Ananas Arielle braucht Zitronen Arielle braucht Zitronen Zitronen Arielle braucht vier Zitronen 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 Arielle braucht neun Torten Arielle braucht neun Torten Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Gut gemacht Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Torten Das hast du gut gemacht Kuchen Das hast du gut gemacht Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen Gut gemacht Das hast du gut gemacht Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen Gut gemacht Toll Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen Das hast du gut gemacht Gut gemacht Finde die Halskette und den Hut, die zum Kleid passen Das hast du gut gemacht Das hast du gut gemacht Los geht's zum nächsten Spiel Wenn Erik Ariel nicht in drei Tagen küsst Verwandelt sie sich wieder in eine Meerjungfrau Aber ohne Stimme kann Ariel ihm nicht erzählen, dass sie ihn liebt Und so wird sie nach drei Tagen wieder zur Meerjungfrau Um seine Tochter zu retten, opfert sich König Triton, der Meereshexe Ariel Ariel muss ihrem Vater helfen, sein Königreich zu retten Hilf Ariel, sechs Freunde zu retten Krabbe Krabbe K-R-A-B-B-I Wunderbar Autsch Sie ist gefallen Ich muss helfen Perfekt Schildkröte Schildkröte S-C-H-I-L-D-K-R-Ö-T-E Oh nein Wunderbar Seestern S-E-E-S-T-E-R-N Wunderbar Autsch Krabbe Sie ist gefangen. Ich muss helfen. Wunderbar. Muschel. M-U-S-C-H-E-L. Oh nein, er ist gefangen. Ich muss helfen. Wunderbar. Tintenfisch. T-I-N-T-E-N-F-I-S-C-H. Popsi ist gefangen. Ich muss. Wunderbar. Qualle. Q-U-A-L-L-E. Autsch. Autsch. Toll. Wunderbar. Meine Freunde sind in Sicherheit. Los geht's zum nächsten Spiel. König Triton ist gefangen. Finde alle sechs Schlüsse, um König Triton zu befreien. Jetzt gucken Sie. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt 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 Wunderbar Hier ist dein Punktestand. Das ist ein neuer Rekord. Das hast du gut gemacht. Ariel rettet ihren Vater und er verwandelt sie wieder in einen Menschen. Ariel und Erik heiraten und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Lernabenteuer Lernspiele Fang die Blasen Buch Buch Buchstabiere das Wort. Probier's nochmal! B B U C H Buch Richtig! Strumpf Buchstabiere das Wort. Schleif S T R U M P F Strumpf Kerze Buchstabiere das Wort. Z K-E-R-Z-E Kerze Gut gemacht! Schuh Buchstabiere das Wort. H-S-C-H-U-H-Schuh Gut gemacht! Bilderrahmen Buchstabiere das Wort. B-I-L-D-E-R-R-A-H-M-E-N Bilderrahmen Toll! Wunderbar! Hier ist dein Punktestand. Toll! Möchtest du noch mal spielen? Na! Fang die Blasen! Muschelschmuck Finde die fehlenden Muscheln, um dir eine Halskette zu machen. Toll! Wunderbar! B-I-L-D-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M-E-R-A-M um dir eine Halskette zu machen. Gut gemacht! Toll! Gut gemacht! Richtig! Finde die fehlenden Muscheln, um dir eine Halskette zu machen. Toll! Toll! Richtig! Finde die fehlenden Muscheln, um dir eine Halskette zu machen. Ups! Toll! Toll! Richtig! Finde die fehlenden Muscheln, um dir eine Halskette zu machen. Das hast du gut gemacht! Toll! Hier ist dein Punktestand. Das hast du gut gemacht! Möchtest du noch mal spielen? Muschelschmuck! Lustiges Essen! Hilf Luis, die fehlenden Zutaten zu finden. Was fehlt? Toll! Das hast du gut gemacht! Richtig! Gut gemacht! Gut gemacht! Was fehlt? Was fehlt? Toll! Richtig! Das hast du gut gemacht! Was fehlt? Das hast du gut gemacht! Das hast du gut gemacht! Das hast du gut gemacht! Hier ist dein Punktestand. Das hast du gut gemacht. Möchtest du noch mal spielen? Lustiges Essen Unterwasserbilder Lass uns meine Freunde fotografieren. Ein Wochen Wunderbar Eine Schildkröte Wunderbar Ein Seestern Toll Eine Muschel Wunderbar Eine Qualle Wunderbar Ein Seepferdchen Ups Perfekt Eine Krabbe Wunderbar Ein Tintenfisch Wunderbar Ein Seester Wunderbar Ein Seepferdchen Wunderbar Wunderbar Bewege den Joystick, um deine Fotos zu sehen Ein Rochen Eine Schildkröte Ein Rochen Eine Schildkröte Ein Seester Ein Seester Eine Muschel Eine Qualle Ein Seepferd Eine Krabbe Ein Tintenfisch Ein Seester Ein Seepferdchen Ein Tintenfisch Ein Seepferdchen Eine Qualle Eine Muschel Ein Seester Ein Rochen Möchtest du das Spiel wirklich beenden? Ja Unterwasserbilder Lernspiele Einstellungen Komm bald wieder Tschüss